So Freunde, Willkommen zu einem neuen Let's Flash, diesmal von Obi, der Game ist es mal wieder für das Let's Flash Turnier des Let's Player Forums, ich hab's geschafft und spielen ein Spiel, das ich schon kenne, ausnahmsweise mal, es geht darum natürlich hier den Topscore, den möglichst höchsten Topscore natürlich, es geht ja hier nicht nur darum weiter zu kommen, sondern auch Erster zu werden, also zumindest für mich. Was gibt's großartig zu diesem Spiel zu sagen? Nichts, wir müssen einfach das sagen, was das Spiel macht, nein, das machen, was das Spiel sagt natürlich, wir haben drei Leben, wenn wir ein Spiel verlieren, verlieben wir ein Leben und wenn wir dreimal hintereinander ein Spiel schaffen, dann gewinnen wir ein Leben. Und es gilt einfach hier immer schneller werden, einfache Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel über einen Stachelball springen, sich selber umzubringen oder auch zu gehen. Wenn das hier passiert, wenn der Bildschirm auf einmal schwarz-rot wird und da Dis-Obi steht, dann sollen wir das Ganze nicht tun, weil wenn wir es tun, dann haben wir ein Leben verloren. Also sollten wir auch immer abwarten, ob wir das machen sollen oder nicht, zum Beispiel sollen wir es hier wieder nicht machen. So, hier sollen wir uns selber umbringen, damit wir unsere Liebste retten, hier sollen wir einfach hier hochrennen und hier sollen wir gegen einen Ventilator eigentlich rennen, aber hier nicht. So, hier sollen wir weggehen und hier haben wir mal kurz Pause. Oh yeah. Okay, weiter geht's, wir sollen nochmal blocken, nicht. Und hier sollen wir die Ballons einsammeln und hier sollen wir wieder nicht blocken und ja, die Spiele wiederholen sich auch gerne oftmals. Es geht manchmal sogar so, weil das zweimal hintereinander dasselbe Spiel kommt. So, ähm, es gibt immer so ein paar Tricks, die man hier machen kann, aber ich bin gerade zu, ähm, zu ektisch, als dass ich das machen könnte. So, hier sollen wir gegenrennen, nicht. So, siehst, wir sollen wegdrücken, also drücken sehr weg und wir rennen hier rauf und wir nehmen noch eine Runde nicht und äh, So, wir sollen die Ballons nicht einsammeln, also tun wir es nicht und wir sollen überleben nicht und wir sollen einsammeln. Oh, sonst weiß ich mal noch und wir sollen mal überleben oder auch nicht. Und wir sollen gehen, hier gehen und, äh, wir sollen einsammeln und ja, das Spiel wiederholt sich oft und ich hab das erstmal gefehlt. Nein, immer diese Scheiße-Stage-Aufgabe. Ah, dafür muss ich mich jetzt brauchen. So, okay, wir sollen uns umringen. Hey, wir haben ein Leben. Oh, scheiße, wir sollten... Ach, dumm. Ne, egal, es geht ja hier nicht um die längste Strecke, sondern darum, möglichst weit zu kommen. Ach, wir sollten nicht... Dumm, again. Mann, haben wir wenigstens mal Pause. Dufti-dufti-dufti-dufti-dufti-dufti-dufti-dufti-dufti... Und wir sollen überleben nicht und wir sollen... Ein Roadtas machen und wir wollen rennen oder auch nicht. Ach, ja, es gibt... Das war wieder schlau. Es gibt zu wenig zu diesem Spiel zu sagen, weil sie sich immer wiederholt. Ich bin aber auch ein Trottel. Boah, das war knapp. So, wir sollen bis drücken und halten nicht. Boah, das war schon wieder so knapp. Wenn das Spiel immer schneller wird, dann muss man natürlich... Ich hab doch geblockt. Aber nein, nein, nein. Wenn das Spiel immer schneller wird, muss man natürlich auch schneller reagieren. Und natürlich schnell raffen, was zu tun ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir sollen gehen. Nichts. Ja, das gehen ist mit noch eines der einfacheren. Das ist fast unmöglich bei der Geschwindigkeit. Nein. Ooooooh. So, jetzt mal eine Situation. Gehen nicht. Okay. Ja, ich hab wieder in dem Bildschirm. Nichts. Ach, verdammt. Romanzen. Ja. Und Riden. Ja. Und Gehen. Gehen. Ja. Und Ditchen. Ditchen. Ja, wir sollten tatsächlich Ditchen. Oh nein. Doch. Und umbringen nicht. Und Romance. Yay. Und das drück nicht drück, aber wett. Und die Wege sollen gehen. Also Gehen. Und wir sollen Ditchen. Und wir sollen uns umbringen. Und wir sollen uns machen umbringen. Und wir sollen eine Pause machen. Pause, 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 Pause. Ich bin da aufgeregt. Es geht weiter mit Gehen. Also Gehen. Hier. Und wir sollen uns umbringen. Wir sollen... Ja, die Treppen nicht hochgehen. Und wir sollen uns umbringen. Und wir sollen überleben nicht. Oh, verdammt. Jetzt hab ich's nicht geschafft, mich umzubringen. Und jetzt soll ich da hochgehen. Und... Ganz viel Luft holen. Und Münzen einsammeln. Und nichts verstecken. Und... Nein, ich hab doch fast öffnet. Verdammt. Mann. Man kann doch so schnell gar nicht reagieren. Ah. Dumb. Es kommen jetzt viele Aufgaben, wo ich einfach nur... ...schnell irgendwas machen muss. Also... ...im Grunde nur einen Knopf drücken muss und die Aufgabe ist geschafft. Also wenn hier... Ähm... Ach, verdammt. Ich kann das ganze jetzt echt nur noch auf Verdacht machen. Sonst geht das ganze nicht. Nein! Und... Hochgehen! Und... Rennen! Das ist bei den höheren Geschwindigkeiten tatsächlich noch eine einfache Aufgabe. Boah, das war knapp. Ja, ich hab richtig gedenkt. Äh, gedenkt. Nein! Das war schlecht. Und... Ja! Pfff! Komm schon! Und du willst, dass ich in den Ventilator renne? Okay, nicht. Oh, gut. Und... 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 Und hier sind meine Ergebnisse. 128 Levels. Davon habe ich 82% gewonnen. Und... Das schnellste Fall ist 13%. Äh, 13 mal 37% kann man nehmen. Das wäre unglaublich schnell. Ach, ich mach noch mal ne Runde. Einfach so. Intro! Intro! Das Intro Level ist... Ist so furchtbar schwer. Neh, nicht wirklich. Ja, ja. Komm. Ja, ja, ja. Gib mir alles. Gib mir alles. Base, 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 base. Wenn ich... Nein, bin ich nicht. Oh Gott, ist es wieder so unglaublich schnell. Oh mein Gott. Das Вот. Das kommt mir gerade echt vor mit zwei Lupe. Hahaha. Und sender umbring. Nicht. Ich gehe jetzt noch... annylus undja. Und wir sollen gehen. Nicht. Also springe ich. AHAHA. Ich bin so böse. AHAHAH. Ok. Wir wollen liefern... Und wir wollen... Nicht fangen. Ich gehe wieder. Lalalalalala. Nein. Der Witz wird beim zweiten Mal schon einfach. Mein gott. Das ist gute Witze. Egal, die sollen Seelströken, hab ich so gesehen, weil ich so böse bin. Oh mein Gott. Na ja, hier ist so weit, es ist noch relativ einfach vor allem, wenn wir in unserem Ring sein. Oh, ich bleib aber in der Rekete. Äh, ach nö, ich hab seit keinem. Und wir rennen hier einfach rauf und wir rennen gegen einen Ventilator an, was voll Sinn macht. Und jetzt renne ich noch einen, natürlich nicht. Und wir halten nicht, weil wir einfach gehen. Und wir haben eine Pause. Nee, na ja. Ach ja, Pausen. Meine Herren, ist das spannend. Wir sollen in einen Ventilator reinrennen und wir sollen Stufen raufrennen und wir sollen uns umbringen. Und wir sollen nicht gehen, also springen wir wieder. Spring, spring. Und wir sollen halten. Oder auch nicht. Wir sollen in einen Ventilator reinrennen und wir sollen heiden. Okay. Und wir sollen uns umbringen und wir sollen uns nicht umbringen. Oh yeah. Wir sollen in einen Ventilator umbringen und wir sollen sich stufen und wir sollen... Nein. Oh Gott. Das war knapp. Okay. Okay. Wir sollen heiden nicht. Okay. Wie gesagt, es gibt so unglaublich viel zu sagen zu dem Spiel, deswegen wiederhole ich mich auch die ganze Zeit. Na ja, ich bin gespannt, wie die anderen sich anstellen werden. Ich habe... Es ist zwar jetzt schon relativ spät in dieser Runde, aber ich habe die anderen extra wegen der Fernseher nicht geguckt. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie die anderen abgeschnitten haben. Aber mal gucken. Die letzte Runde habe ich ja ganz knapp überlebt. Weil einfach ganz viele nicht angenommen haben und ich nicht der letzte war. Und... Äh... Sehr fies. Es ist tatsächlich nur einer rausgeflogen. Aber ich sage den Namen jetzt nicht, weil das total fies wäre. Wenn ihr es wissen wollt, guckt einfach ins Let's Play Froh. Das ist tatsächlich immer noch relativ langsam zu dem, was gleich noch kommen wird. Wo wir schon mal fünffacher Geschwindigkeit sind. Aber gut. Äh... Normale Geschwindigkeit ist doch echt purplig langsam. Huiiii. Wir sind gar nicht mehr am Schirm. Egal. Oh Gott. Das war natürlich super. Mein zweites Leben. Yay. Mann. Oh Mann. Bin ich ein Held. Und wir sollen trappen rauf gehen. Und blocken. Och. Oder auch nicht. Meine Herren. Ach komm. Ich habe keinen Bock rein zu sammeln. Und ich habe auch keinen Bock zu liefern. Und ich habe auch keinen Bock zu liefern. Und ich habe auch keinen... Ich sollte das tun, was ich sage. Egal. Oh Gott. Boah. Ist das alles knapp. Jetzt wird es langsam wieder hektisch. Huiii. Springen. Trieden nicht. Achso. Ich sollte... Ach nein. Ich bin jetzt aus Effekt einfach ausgewichen. Mann. Einsam. Nicht. Boah. Knapp. 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 Und gegen Rennen. Ja. Und eine... Oder auch nicht. Nicht den Zamoku machen. Und überleben. Ja. Wir haben überlebt. Und wir sollen ditchen. Und wir sollen... Äh. Dahin Rennen. Und nicht in die andere Richtung. Und wir sollen... Ja. Wenn ich die Aufgabe schon geschafft habe. Dann kommt nichts. Ist klar. Äh. Noch zwei Leben. Oh nein. Ein Leben. Kein... Doch. Ein Leben. Ich dachte schon ich hätte die Aufgabe nicht geschafft. Aber egal. Ach nein. Jetzt war ich schlechter als vorher. Oh man. Ach komm. Einen mache ich noch. Einen ergeben. Einen ergeben. Einen ergeben. Dann ist aber auch gut. Dann habe ich ungefähr 15 Minuten wieder aufgenommen. Das ist viel zu lange für den Let's Flash. Aber egal. Naja. Einen live. Und eins weniger. Und dann los. All their lives. Und ready. Und nein. Oh mein Gott. Es ist schnell. Oh. Ähm. What the fuck. Hast du nicht gesehen? Je. Schnarch. Hehehe. Hey. Und ich kann springen. Mann. Glaubt es kaum. Und wir sollen liefern. Und wir sollen. Ein. Ein. Und wir sollen. Nichts den Zanguku machen. Und wir sollen. Das. Da drücken. Übrigens wenn ihr. Einfach nur. Ähm. Nichts drückt. Dann habt ihr verloren. Und wir sollen. Und wir sollen. Nichts runterspringen. Weil wir uns abwornen. Oh yeah. Und wir sollen. Und wir sollen. Und wir sollen. Hoch gehen. Und wir sollen. Gegen den Strom. Rennen. Oder auch nicht. Und wir sollen. Uns verstecken. Und wir sollen. Eine Pause nehmen. Also nehmen wir. Keine Pause. Oh yeah. Wir sind so badass. Das glaubt man nicht. Und wir sollen. Nichts den Zanguku machen. Und wir sollen. Einsachen. Und wir sollen. Uns umbringen. Und wir sollen. Blockieren. Oder auch nicht. Und wir sollen. Gegen den Strom. Oder auch nicht. Und wir sollen. Uns umbringen. Oder auch nicht. Ähh. Das war jetzt. Irgendwie grad ziemlich. Egal. Mhhh. Nöö. Oh. Oh wir sollen. Nicht einsammeln. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Und wir sollen. Tatsächlich überleben. Oh mein. Wir sollen. Überleben. Ich glaube. Es nicht. Aber jetzt sollen wir. Nicht einsammeln. Und wir sollen nicht einen sammeln. Also sammeln wir nicht drei. Und wir sollen gegen einen Ventilator anrennen. Oder auch nicht. Ja komm, nicht den Zambuco machen. Und nicht in den Saal fliegen. Und nicht zurück nach deinem Bett. Und gegen den Strom reinrennen. Was voll spannend ist. Oh mein Gott. Aber ich stell mich grad echt nicht so doof an wie vorher. Das ist echt unglaublich. Aber es ist auch noch schwierig. Ich ernähren so schnell. Wow. Huiuiuiui. Das Spiel wiederholt sich überhaupt nicht. Es ist so interessant. Mein Ernst. Ach. Ich bin jetzt gespannt. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt die Pause genommen hat. Ob die Streak da oben. Ja tatsächlich, sie geht nach oben. Man kann also wirklich nichts tun. Genau wie hier. Dumm. Ich kann es nicht schaffen. Okay doch. Und sonst umbringen. Und nicht rausspringen. Und nicht einsammeln. Es kommt verdammt auf Gnot. Also. Kommt. Danke. Wir sollen Diffs drücken. Und wir sollen heilen. Und wir sollen in den Stacheln rennen. Und wir sollen in den Vipilator rennen. Und wir sollen in die Wolken rennen. Ach verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja man. Nichts. Und gehen. Nichts. Und einsam. Und auch. Schon wieder. Sieht mal hintereinander. Ach verdammt. Und noch weiter. Aber diesmal. Man glaubt es kaum. Äh. Ja. Ich war in den Typen drin. Und ja. Ja. Voll geil. Ach. Dumm. Ja. Mein erster Run war tatsächlich der Beste. Wer hätte das gedacht. Naja. Dann. Muss ich mal gucken. Damit ich es nochmal ansagen kann. Das waren jetzt. 128. Ist mein Topscore. Ich hoffe das reicht. Wenn nicht. Ist auch nicht so schlimm. Und ich würde sagen. Das war Obi The Game. Für heute. Wir sehen uns. Bei einem neuen Let's Flash. How's right. Wie von mir ein. Jolt erwähnt.